Hallo, wo ist denn Papa? Papa ist da drin im Haus, genau wie Mama. Papa, ich würde zuerst noch dein Gold geben. Ja, Papa, wann gibt's Gold für uns? Nach vorne mit dir. Papa, ich bin ein bisschen müde. Ist nämlich suspekt mit der Frau da in deinen Armen, wer ist das überhaupt? Ich bin Liz, ich bin fünf. Ist das irgendwie so ein Perverser hier? Meine Güte auch nicht, Junge. Du sollst dich besser aus meinen Augen verpissen, ne? Meinst du mich oder Liz? Liz schläft ein. Jetzt hör auf mir zu folgen, Mann! Geh nach hinten! Ja, dieser Mann versucht mich umzubringen. Junge! Er oder dann, Schimmer. Bist du blind auf beiden Augen? Hört nicht auf diesen Erder dann. Der macht irgendwas komisches mit Kindern. Alter! Ganze Videos auf YouTube, Like und Follow für mehr.